Uttana Manibandha Bittilasana ist die Kuh mit intensiver Dehnung der Handgelenke. Manibandha sind die Handgelenke, Uttana heißt intensive Dehnung. Bittilasana ist eine andere Bezeichnung für den Vierfüßlerstand, der ja auch als nach unten schauender Tisch oder auch als Katze bezeichnet wird. Vom Vierfüßlerstand ausgehend drehe die Arme so, dass die Fingerspitzen zu dir hin zeigen und die Ellbogen nach vorne. Und dann bemühe dich die Ellbogen etwas zu beugen und die Ellbogen Richtung Knie zu bringen und spüre so die Dehnung in den Handgelenken. Du brauchst flexible Handgelenke für viele Yoga-Asanas wie Handstand, wie Krähe und andere der zwei Handstellungen oder auch für die schiefe Ebene. Und in Bittilasana ist es besonders einfach, Deine Handgelenksflexibilität entspannt zu entwickeln. Deine Zukunft